Ja, nochmal. In der Siegelstraße selbst sollte ich nichts verpasst haben, hier zählt nichts weiter auf. Und wie mache ich jetzt diesen Kampf? Fallmind. Scheiße. Gut, dann machen wir das nicht so. Was setzt sich dagegen ein gegen das Scheißding? Kann ja alles wieder racken, oder? Kann das wieder alles kaputt machen von mir? Es hat ja auch Wavesplash in der... Natürlich hat es auch wieder Wavesplash. Sollte es auch anders sein, oder? Alter, ey. Das Ding kann wieder alles mögliche. Das ist sowas von lächerlich. Es wird ja wieder Wavesplash vermutlich machen, aber... Ja. Okay. Crunch. Ist es neutral, oder? Es ist neutral. Verdammte Scheiße, ey. Oh, ist das ärgerlich. Moment, der wird heilen. Der wird heilen. Ich kann nicht Eisscharpe nutzen. Frostbite, um vielleicht zu boosten. Was zur fuck? Okay. Ja, Leute. Ich habe mein bestes Problem wieder verloren direkt. Das ist doch kacke, Mann. Was soll ich denn da machen, oder sowas? Deswegen�를 gehören. Man muss geist. � Scheiße, ey. Die überlebe ich an sich, aber... Oh, Mann, ey. Das ist ein Effekt, oh, das ist auch super. Das ist, äh, Unlicht. Deswegen nennt das Feuer auch so viele Unlicht-Moves auf den Vorstufen. Ähm... Ja, nun? Ich dachte mir wieder was überlegen, wie ich den Kampf gewinnen möchte. Das wird wieder spaßig. Das wird auf jeden Fall wieder sehr spaßig, wenn ich den Kampf gewinnen möchte. Oh mein Gott, der trifft grad nicht. Scheiße. Ja, aber es muss ne Boost Nummer sein. Es muss irgendwas sich hochboosten, anders geht's nicht. Irgendwas muss sich hochboosten. Das ist der einzige Weg, in meinen Augen. Ich muss die noch mal aufgewachsen. Ah, ich habe jetzt vielleicht einen Boost abstaub, aber selbst dann bin ich ja nicht noch mal dran. So dumm. Das heißt, ich muss die noch mal aufwischen, in der Anfang. Vielleicht überlebst du jetzt diesmal nicht. Ach ja, Huabu lernt kein Devastate. Ich hab's schon probiert, leider. Oh Gott, jetzt geht das nicht. Jetzt musst du hochheilen. Natürlich geht's daneben. Warum solltest du das noch treffen? Was, das setzt jetzt nicht irgendwas in der Richtung ein? Okay. Äh, ja. Es kann nur Waste Lake benutzen, oder was? Hä, ich dachte, das hat irgendwas effektiv. Es hat doch ne Psycho-Tacke, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Es hat doch ne Psycho-Tacke draus. Die netzt es grad nur nicht ein. Shit. Verdammte Kacke. Aber es reicht nicht. Oh mein Gott, der ist genau, was ich brauche. Das ist genau, was ich brauche. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, Leute. Das ist mir scheißegal auf dem E-Wave. Oder wie es heißt. E-Wave ist ja 100% höher. Das ist mir scheißegal. Nein, ich muss tanken. Du musst nicht durchkommen. Nein. Ich muss die nächsten Dinger tanken. Kannst du bitte aufhören durchzukommen? Kannst du aufhören durchzukommen? Alter. Jetzt kommt grad jedes Mal durch die Platte. Jedes einzelne Mal. Das ist ja wohl der größte Scherz, oder was? Okay, jetzt ist jedes Mal durch die Platte. Dann kommt jedes einzelne Mal. Ich fühl mich grad so massiv verarscht. Ohne Mist. Ich fühl mich grad so massiv verarscht. Äh. 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 Das lohnt sich nicht. Kann ich auch genau so mit dem Kampf wiederholen. Oh, es reicht nicht mal dann. Okay. Ah, Mann, ey. Ich seh schon. Das wird jetzt wieder supergeil. Das wird wieder supergeil, liebe Malher. Ja. Ja. Boah, Alter. Äh. Mein Tränke. Ah, der ist hier doch nicht getroffen. Jetzt hast du auch das 40chen weniger. Das vorhin noch übrig geblieben ist. So. Irgendwie vor, der hat jetzt eben Boden-Pokémon. Dann tut jetzt die ganze Strategie für den Arsch. Oh, Mann, ey. Ist das Boden, oder? Das ist doch Gestein, meine ich. Eben. Wenn ich nicht selber wüsste, dass das ein... Das muss ein Gesteins-Pokémon sein. Ja. Ein Glück. Ein Glück, ey. Oh mein Gott. Das war nicht... Das war die Hälfte. Das war die Hälfte, Alter. Was zur Hölle. Es wird jetzt trotzdem reichen, das rauszuschmeißen, aber... Meine Güte. Ach komm, ich hasse alles an diesem Verdammten... Ey, Junge, das ist doch so überschissen, Alter. Warum lebt die Kacke denn jetzt? Was? Komm bitte, Boost. 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 Oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, yes. Das war so wichtig. Das war so was für wichtig, dass das jetzt passiert ist. Oh. Alter. Ich habe jetzt eine Feuerattacke drauf und die werde ich auch benutzen. Ja, war mir klar, dass das nicht reichen wird. Earthquake selbstverständlich? Hat ja alles jetzt Earthquake, ne? Das werde ich nicht überleben, weil es in der Vierfahrt... Ja... Oh man, ey... Äh... Keine Ahnung... Surf, dass es besser was machen kann. Und dann muss ich hoffen, dass hier jetzt hier nicht irgendwas starkes drauf anläuft. Ja, das wird jetzt lustig. Jetzt kommt da bestimmt irgendwas beschissenes. Wunder, wo kommt jetzt was beschissenes? Ach, nur Earthquake? Ha! Das ist nicht mal ein Step-Move. Ja dann... Weg mit dem Ding. Was? Wieso bist du so schnell... Hä? Ich bin sowas von schnell mit Huberwuba und ich habe es nicht geschafft, das zu outspeeden? Wie bitte? Ich muss keinen Tank nochmal benutzen, hoffe ich. Ja. Ah, scheiße. Okay, jetzt hat trotzdem gereicht. Ich krieg mir einen Boost zumindest. Oh nein, ey. Was war das? Oh nein, das war dieses scheiß Weiterentwicklungs-Absol-Teil. Oh nein, ey. Das hat mich letztes Mal so auseinandergerissen, das Ding. Ey, alles auf Blizzard, Alter. Es geht daneben. Es geht daneben. Das war's. Wenn ich jetzt nicht irgendwas krasses mache, war es das wieder. Was soll ich denn alles machen? Was soll ich denn alles machen? Was soll ich denn alles machen? Was kann das vielleicht alles? Ey, Leute. Kein Plan. Kein Plan. Kein Plan. Star Freeze vielleicht? Was soll ich denn alles machen? Was soll ich denn machen? Du musst ja irgendwas probieren. Oh mein Gott. Yes. Surfer drauf. Oh Gott. Alter. Dieser Kampf. Und Hundimon. Das muss es sein. Das muss es jetzt hoffentlich sein. Scheiß Sandsturm hier. Bitte. Bitte. Ich... Das war klar, aber bitte hab jetzt nichts, was mich... Ich werd nicht schneller sein mit dir. Ich werd mit dir nicht schneller sein. Und du hast nicht nur ne Attacke, die was machen kann, oder? Der Sandsturm. Oh mein Gott. Der Sandsturm ist noch aktiv. Vielleicht kann ich das mit dem Sandsturm... Oh mein Gott. Wie soll ich das jetzt machen? Das ist die denkbar beschissenste Situation, die man gerade haben kann. Ohne Mist. Das ist so ne beschissene Situation gerade. Ich hab keinen Revive mehr, oder? Rike Powder. Ja. Und du? Das ist jetzt so bescheuert. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen, bitte? Ich... Bin im Arsch. Full Heal. Ich kann nicht angreifen, in dem Sinne. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Kornbein. Ja, du hast nen Trank, das war's. Wie soll ich jetzt angreifen? Ich muss warten, bis der Sandsturm nicht kliere, oder was? Oh ja, okay. Nasty Plots. Wie soll ich das überleben? Wie soll ich das? Nein, keine Chance. Ich hab keine Heilung mehr dabei. Full Restore. Wie soll ich das? Nee. Oh mein Gott. Aber es wird ja nicht... Es klappt ja nicht. Es kommt nicht durch. Ich hab keine Angriffe drauf. Ich hab keine Angriffe drauf. Ahhhh. 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 Hahaha. Ehh. No. Ich mach die Nummer trotzdem nochmal. Weil das ist meiner Ansicht nach das Beste, was ich machen kann. Das ist das Beste, was ich machen kann. Das ist einfach so. Ich hab ein paar mehr Tränke dabei. Mal gucken, wie oft du diesmal durchkommen wirst. Okay. Es ist nochmal das Beste, was ich machen kann. Das ist leider so. Zeig, jetzt überlebe ich wieder. Ja. Oh Mann. Stimmt. Darin hat es gehabt, weil ich bin bescheuert. Warte mal. Dann machen wir das anders. Das ist doch ganz einfach. Das ist eigentlich relativ einfach. Die Nummer. Ein Shiny Barmeline. Ein Shiny Barmeline. Ein Shiny Barmeline. Ein Shiny Barmeline. Jetzt habe ich jetzt natürlich auch nicht auf dem Schirm, dass sowas passieren wird. Ja, weiß ich nicht. Äh. Was soll ich dazu noch sagen? Ich wollte jetzt eigentlich mein Pokémon Level höher trainieren, damit ich den Angriff von Tyranid selber leben, aber hey. Äh. Äh. Keine Ahnung, wie ich dich jetzt nennen werde. Huba Special oder so. Ja. Huba. Moment. Das passt denn nun genau hin. Huba. Huba Special. Was heißt denn ich? Ich habe jetzt gar keine Zeit für sowas. Spe. 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 Huba Special, Alter. So, mir ist auch egal hier. Huba Special. Ich würde schnell ein Level noch hochkommen. Mit Center Shock und dann sehen wir gleich. Wir sehen uns gleich.